hallo leute ja hier sind wir in der ecke wo wir schon wissen was da sache ist da fahren sich schon hinterher wir wollen gucken dass wir jetzt mal gerade auf die karte gehen und schauen dass wir hier in einem weiteren bereich dann aktiv werden ich denke wir machen mal hier lückenwalde überlingen limbach neumarkt leinfelden und fürstenwalde gut nach dem logo geht es los ach brauchen wir nicht machen haben wir schon gemacht okay das sagen wir jetzt auf der karte nicht dann gehen wir ein stück weiter rüber und gehen hier nach willig roslau rösrath und geißen dann machen wir da weiter und da gibt es auch noch eine burg zwischendurch die waren auch mitnehmen können gut dann fangen wir hier mal ein rösrad an das hier vielleicht sitzen wir erstmal überall bushalte stellen oder da immer die straße weiter dort so hier müssen wir mal gucken über das hinkriegen dass das schon passt mit den übergängen da okay das passt so oder so nie oder wir machen hier kleine straße schon rüber aber das wäre auch nicht so ideal da da und da da müsste man hier schon verlängern warte mal da da wäre schon mal das das heißt die bushaltestelle muss hier sein ok das würde bedeuten diese bushaltestelle wäre hier warte mal da ist sie dann ist sie da dann wäre sie da dann wäre das hat rathaus drinnen machen wir so oder das war die ne das ist schon rathaus passt gut falltassen nehmen nicht WASD hier oben war noch irgendwo ein kleines wörtchen aber besser wäre es da eigentlich ne dann machen wir es gleich von vornherein so machen wir gleich hier hin weil das ist da passend und das ist dann da passend ja dann da einmal das stück straße rein und dann hier hin das örtchen so dann brauchen wir noch ein stück straße und das depot dann würde ich tatsächlich jetzt hier irgendwo hinsetzen machen wir es da hin so und das würde bedeuten wir fahren jetzt machen linien erstmal neue linie ist dann von jetzt muss ich da erst hin fahren weil ich es nicht auswendig rösrad nach will ich der erste ort wa den letzten spiel ja auch haben control da müssen wir jetzt mal habe hier reinklicken und dann da reinklicken, fertig, dann neue Linie von Reunardus-Bellig nach Oslau. Das ist von da nach da. Eigentlich müsste das hier schon ein Stadtbus sein. Großlau. Großlau-Burg machen wir da von da nach da. Gut das haben wir. Und dann hätten wir hier hinten noch, wie heißt der Ort? Gießen ist es. Gießen, das heißt, Roslau nach Gießen oder Burg? Regionalbus. Roslau nach Gießen. Ich mache es so, weil ich doch hiervon fahren will nach da hinten und lasse den Stadtbus so wie er ist, weil ich glaube es besser. Gut. Jetzt müssen wir natürlich noch Fahrzeuge da rausholen, die auf all diesen Linien fahren werden. So, das war von Reunardus-Bellig nach Willig. Starten. Das war von Billig nach Roslau. Starten. Dann haben wir den Stadtbus. Dann haben wir den Stadtbus. Oslau. Burg. Starten. Dann haben wir noch einen. Und das war von Oslau nach Gießen. Starten. Ist gut. Haben wir alles hier. Dann mal hier noch nebenan, Errgrundstädtchen. Wo ist es jetzt? Hier. Dorasten. Nach Weiblingen. Und Weiblingen nach Sinsheim. Von Sinsheim nach Lüdinghausen. Oh, das ist aber groß. Das ist aber riesengroß. Das ist jetzt Halle und Erlangen. Punktstädt. Stadt. Hier ging doch auch noch eine runter, ne? Nach Stassfurt. Stassfurt. Okay. Ich kann gar nicht so weit rauszoomen. Machen wir hier irgendwo hin. Das Depot. Hauen wir da hin. Geht da hin. Dann holen wir Bushaltestellen raus. Wo ist das jetzt? Dorasten. Das wäre da. Das wäre da. Und das wäre dann da. Machen wir mal da hin. Aber die gehe ich hier noch nicht mit. Machen wir bestimmt später irgendwann mal vielleicht. Oh, hier ist es natürlich schwer. Da kriege ich ja keine Bushaltestelle hin. Genau so ist es. Hier wieder so speziell. Tolles Ding. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier schon was aufschütten. Die Ecke hier. Damit wir da mit der Bushaltestelle irgendwie hinkommen. Das kommt zu. Das kommt da hin. Und dann kann das hier hin. Ja. Dann haben wir Weiblinge auch fertig. Dann gehen wir hier grad hin. Ja. Ist halt so, dass es dann da ist. Hm. Wenn ich so setze, ist es besser. Weil dann ist der Fluss nicht im Weg. Kann ich nachher drüben wenigstens die Dinge setzen. Das heißt, wir machen das auch hier so. Dass wir da ein bisschen basteln. Strasfurt. Einfach da hin. Zu Burg gehen wir da noch nicht. Hier geht es noch weiter nach Funkstadt. Hier geht nur eine Stelle. Obwohl es mir jetzt wieder grad gar nicht passt. Obwohl. Passt doch. Dann machen wir das da hin. So. Das haben wir. Zurück. Hier geht es noch hoch. Nach Halle. Halle machen wir besser einen noch weiter darüber. Dann ist das da gesichert mit der Möglichkeit am Fluss. An der Saale. Gut. Das ist es erstmal. Brauchen wir neue Linien. Halle von der Saale. Gehen wir dann hier runter. Nach Erlang. Erlang war das. Passt. Oh ne. Da ist noch ein Städtchen zwischen. Dann ist Erlang doof. Funkstadt ist noch dazwischen. Dann nehmen wir das weg. Ach Erlang war gerade richtig. Hier wird so geschrieben. Funkstadt. Funkstadt Erlang. Das passt dann. Na ja. Fertig. Und neue Linie. Regionalbus. Funkstadt. hat es dann Essen. Verschluckt. Ist da. Funkstadt. Halle. Funkstadt. Das ist schon fertig. Neue Linie. hier. Regionalbus. Funkstadt. Hier geht die Reise hin. nach. Lüdinghausen. Schuss. Haben wir. Von Lüdinghausen. Warte mal. Das können wir jetzt hier. Als fertig erklären. Regionalbus. Rüdinghausen. Wo geht dorthin. Nach Sinsheim. uma schon. Und dann ist das auch fertig. Neue Linie. Regionalbus Sinsheim. nach das stadt oder das stadt furt komisch dass hier bei stadtfurt keine furt ist passt haben wir erledigt neue linie ist regionalbus Sinsheim nach dorsten ne da war noch einer dazwischen weibling erledigt und dann noch mal eine neue linie von weibling nach dorsten war doch so oder ja haben wir das alles angeschlossene ja 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 und jetzt müssen wir noch fahrzeuge darauf haben so von erlanger von stadt so warte da müssen wir das alles zu machen und das aufmachen lkw der busse der funkstadt erlang starten die pferdchen mit der kutsche alle funkstadt oder funkstadt halle starten das ist die den nächsten lkw rausgeholt mit der kutsche und das ist funkstadt lüdinghausen haben wir dann lüdinghausen nach sinsheim brauchen wir noch lüdinghausen nach sinsheim haben wir starten dann sind wir mit sinsheim unterwegs nach stadtfurt starten die mit denen und das ist dann sinsheim weibling starten jetzt müssen nur noch einer sein also weibling dorsten starten fertig alle kutschen fahren alle anfangen schwer karte nummer auf so wir haben das fertig wir haben das fertig wir waren hier waren da ich weiß nicht wo wir noch waren wir hier schon in görletz ich glaube nicht oder karte ist so doch da waren wir auch schon haben wir auch schon erledigt aber hier schon ich glaube nicht das ist dann die nächste insel von heim und so weiter und so fort dieses hier alle das ist das größte netz was wir haben glaube ich das wird überall hin ok und hier hinten ist nochmal ein stück hohagen ist nicht angeschlossen genauso wie das auf der insel gut das machen wir aber in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo ab macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an damit ich das nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao